Der Duschkraft Home ist natürlich auch kompatibel zu verschiedenen Regenduschsystemen. Für die Installation benötigen Sie einen individualisierten Anschlussblock. Beachten Sie grundsätzlich die Montagehinweise des Armaturenherstellers und überprüfen Sie die Kompatibilität zu Ihrem Duschkraft Home. Im Folgenden wird die Montage der bei Duschkraft erhältlichen Damixer Silhouette Regendusche dargestellt. Wenn Sie diese Armatur über duschkraft.de bestellen, erhalten Sie den passenden Anschlussblock gleich mit dazu. Installieren Sie die Armatur entsprechend des Montagevideos am Duschkraft Home. Die Montage der Regenduschstange erfolgt nach Befestigung des Gehäuses am Duschentfeuchter. Ermitteln Sie mit Hilfe der Duschstange die Positionierung des Befestigungsflansches mit untergelegtem Distanzstück. Diese werden mit Hilfe von Dübeln und Schrauben in der Wand befestigt. Nun kann die vollständig vormontierte Duschstange installiert und mittels Madenschraube am Flansch befestigt werden. Abschließend wird der Duschschlauch für die Handbrause mit der Armatur verschraubt. Selbstverständlich ist der Duschkraft Home auch zu weiteren Armaturen kompatibel. Unsere Installationsexperten stehen Ihnen gern jederzeit auf duschkraft.de zur Verfügung. Tja, zum Schluss. Tja, zum Schluss.